Liebe Games und Marcel, wir machen hier auf PS3 und PS3 weiter. Los geht´s! Wir bringen hier den Tauch. Wir bringen hier den Tauch. Hi, Cargatur. Hi! Ciao! Das ist das, was verloren war. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahne. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet! Man läuft selber, man muss nicht steuern. Wir gehen selber rum. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatao und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachwachen des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataos würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tue es. Bitte, wie? Wir sehen uns bald wieder. Held. Bald? Ich habe ein Gefühl. Was will ich selber? Nein, jetzt nicht. Aber sie hat ja den Flasakiras Tempel. Ich komme doch. Jason. Wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Vaas. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Schorchstown. Sie freuen sich dir zu helfen. Okay. Ich lasse 10 Uhr. Oder die Nummer 1. Ich rede mich auf. Ich gehe jetzt. Ich gehe nicht. Ich bin hier, ich bin hier. Gut, dich zu sehen, Jason. Vars Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das C4? Ich mach das. Aber hallo. Wir haben nicht viel Zeit, Jason. Leht das C4. Jason, leg das C4. Tempo. C4 gelegt. Der Konvoi ist unterwegs. Hallo? Hey Jason, hier ist Lisa. Ich hab zu tun, was gibt's? Wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst auch zurück, oder? Ja. Okay, dann bis bald. Die verstehen das nicht. Ich will einfach abholen. Und Jason will kämpfen und zerkämpfen. Rüber zum Wassertrung und weg uns. Mein Freund. Nämlich das C4 ist halt besser. Der Konvoi ist hier. Ich werde die Sprengsätze aktivieren. Die Jungs sind keine Piraten. Die sehen nicht aus wie Bass-Männer. Mann, oh Mann. Die Hölle sind die Kerle. Die sehen organisiert aus. Aus wie Soldaten oder sowas. Denk an. Wollte noch. Oh. Äh, ich würde nicht like es. Ah, jetzt ist er endlich. Nee, geht's doch nicht. Geht's doch nicht. Er ist einfach knapp, er verdient sie ja nicht mehr mit. Geht nichts heute nicht. Ja, endlich jetzt. Oh, weisst du was? Oh nein, die Sonnenwerfen. Nein, komm. So verdrehen erlässig. Hey, wieso siehst du ihn von hier oben? Wo liegt der Kopf? Oh, ich bin dran. Ah, das ist schon lange. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Jetsa! Angriff bringen! Jetsa! 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 Hand! Jetsa! Geschützt hätte ich angehören! Kass! Okay! Sofort anhalten! Ich lauf ihm nach! Hilfe! Feuer! Wo ist die Deckung? Wer ist der Mann? Ich kann dich sehen, Kanai! Da fängt jetzt ein Fahrzeug an! Geheilen! Geheilen! Fahr! Ich sehe nichts! Scheiss! Wie ist der Mann? Und umheben! Umheben! Geheilen! Warum Rüstige? Wir sind jetzt ziel entdeckt. Er hat keine Deckung mehr. Ich sehe eine schöne. Ich vermischt dich. Nein! Er war eine Scheisse. Habe ich dir schon mal gesagt, dass die Definition von Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheisse immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, ich dachte, der verarscht mich. So bumm, abgeknallt. Und das Ding ist, okay, er hatte recht. Und dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. Und dachten, dieses Mal wird's anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird's anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht. Wie? Du mich anklotzt. Okay? Hast du ein beschissendes Problem in deinem Hirn? Glaubst du etwa, ich verarsch dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Schon gut, Mann. Ich chill, Hermano. Ich beruhige mich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist getötet, habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Fick? Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Es ist wie der Kleid. Nein, mach das nicht! Oh, scheisse! Nein! Oh, fick dich! Okay, ich schnell drücken. Ja, fessel sie auf. Fussfessel auch. Sofort auftauchen. Verschwind aus dem Kento... ... und Kento... ... und Kento. ... und Kento. ... und Kento. ... und Kento. Abwärts! Oh, die haben wir auch noch... ... und Kento. Die Schlaupe hinten hinten. ... und gestimmt. der helikopter da haben sie sicher die anderen krieger hingebracht mhm der hat einen Hubschrauber Moment, Moment. Du bist so ein bisschen ungeladen. Ach so, ich weiß nicht, ob das Hilfe ist. Das hat sich aber nicht nur ein bisschen abgeholt. Was ist das noch? klar Ja, ich bin so klein. 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 Das ist nicht okay. Ja, ich bin so klein. Untertitelung des ZDF, 2020 Und nicht da, da wird nicht reaktiviert. Ah, weisst du was? Ich habe nicht den Retner Scharfschützer gehört. Den ist doch so. Man tut, du hast du was auf heute. Ja, warum? Oh, na, na, na. Ich habe noch nicht die Waffe damit. Ich habe die Waffe, ich habe auch noch nicht. Ich habe nicht die Waffe, ich habe auch noch nicht die Waffe. Ich schau da, ich schaue mich. Der Heli, keine Zeit verlieren. Nein. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Geh nach Hause und hol dir eine grössere Knarre! Äh, gibt's doch nicht. Hat das für einen super Panzer? Geh, Abflug! Hebe ab! Okay, okay! Bring uns hoch, los, los! Ah, jetzt hab ich nicht so was hier ist. Ich hab ja gar nicht mehr gefehlen. Nein! Nein! Geiss auch, los! Meidei, meidei, schüttchen ab, schüttchen ab! Ich hab ja gefeinig gesehen, ich komm schon! Was, du bist um im Leben rein? Du bist schon dort, Oh, du wirst auch dort, dass er besser sei. Habe ich dir schon mal... gesagt, was... Wahnsinn! Böö, ist das? Du hast die Lachen, oder? Ah! Vielleicht ist die Lachen entweder Komm schon! Jason! Dennis! Wie ist das möglich? Das ist lustig! Das Glück ist mit dir, mein Freund! Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Aber es war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot! Sag, Citra, ich komme! Okay! Ich sag's dir sofort! Okay! Ich muss mein Zeit von den Piraten zurückholen! Wie? Kann ich was schon mal? Oh! Ah! Kann ich nicht mehr da? Ah! Das ist ja alles super richtig hier! Und dass wir was weißen! Hm? Ein Königreich für ein kaltes Bier! Das gefällt mir! Das gefällt mir! Das gefällt mir! 5 Pistole Ah toll Oh, ich fühle mich nicht mehr noch an. Wohl! Ich bin jetzt ein bisschen dicker alleine. Ich habe jetzt ein bisschen dicker alleine. Aber... Wohl! 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 Nein, du bist blöde Hund! Wohl! Ja, wie ich dir gesagte Fehr halte. Jetzt gibt es ein erstes Mal. Große Worte. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. Du wirst bald aufbrechen. Danke beim Messiger. Ich hoffe es hat dir gefallen. Tipp mir auch, was dir gefallen hat. Dann bist du runter da. Tschüss. Zusammen.